Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Paul T.V. Liebe Zuschauer, die 5 Euro Überraschungsshow für Sie mit tollen Produkten alle knallhart runter reduziert. Ja, jedes Produkt ist normalerweise richtig viel, kostet 20 Euro, vielleicht sogar 25, 15 Euro. Ja, Preise durchgestrichen jetzt hier für 5 Euro. Aber nur, solange der Vorrat reicht. Deshalb gleich immer in die Leitung gehen oder sich die Bestellnummer notieren und dann direkt am Ende der Sendung durchklingeln. Bitte ganz schnell nur sein, weil wir haben diese Produkte im begrenzten Kontingent und möchten die ja alle haben. Das kann alles sein aus allen Produktbereichen. Carsten ist hier bei mir, der liebt diese Show auch, weil es sind ja hübsch immer tolle Sachen dabei. Und wenn wir buzzern, dann geht es hier immer gleich los. Richtig, kriegen wir nochmal hübsch für Verstärkung. Und das machen wir jetzt auch mal, liebe Zuschauer. Denken Sie bitte daran, dass Sie maximal 5 Stück pro Artikel pro Besteller ordern dürfen bei uns. Natürlich haben wir das ein Stück weit begrenzt, damit alle unsere Kunden die Chance haben, so günstig an die Artikel ranzukommen. Sie werden überrascht, was man an anderer Stelle tatsächlich dafür bezahlen muss. Was habe ich denn jetzt hier Wildes, sag mal. Ist das so ein Milchaufschrauben oder ist das ein Erhitzer? Na, das ist ein Mixer, Carsten. Das ist so ein toller Handmixer, ein Quirr quasi für Drinks, für Frappés, für Soßen, für Dips. Kannst du alles hier mit diesem Mixer machen. Du hast hier dieses Edelstahlrührwerk und du hast hier auch direkt diesen kleinen Becher mit dabei quasi. Ein Messbecher mit 30 Milliliter Volumen. Da kannst du natürlich jetzt so kleine Dips oder Soßen auch direkt drin aufmixen. Du kannst dieses Edelstahlrührwerk jetzt natürlich aber auch in anderen Gefäßen verwenden, wie du das möchtest. Und dann kannst du zum Beispiel jetzt hier eine Milch aufschäumen, zum Beispiel. Also tolle Milchschicks oder Frappés kannst du machen, wenn du möchtest. Das geht wunderbar. Also da bist du ganz flexibel, kannst den toll einsetzen. Schau mal, richtig leistungsstark. Also wirklich fantastisch. So, das geht jetzt hier auch in dieser Behälte. Genau, da kannst du natürlich jetzt hier auch dann, natürlich muss vorher was einfüllen dementsprechend dann. Was du machen möchtest, vielleicht mal eine Soße, einen Dip zum Beispiel, eine Mayonnaise. Kannst du da schön reinmachen, irgendeine leckere Creme. Kannst hier natürlich auch schön mit abmessen dann direkt. Da ist eine Maßeinheit drauf. Bis 80 Milliliter lese ich hier. Das wäre maximales Füllvolumen. Ist natürlich auch mal super für einen Single-Haushalt, mal eben schnell für was Schnelles, wo man nicht unbedingt immer alles schmutzig machen muss. Aber ich kenne diese Milchaufschäume. Alleine, wenn du mal einen vernünftigen Latte Macchiato oder sowas machen möchtest, da musst du dir mal gleich eine ganze Maschine versauen, da kannst du sowas natürlich super mal benutzen. Und ich habe mir sagen lassen, dass die kabelgebundenen Geräte mal vielfach kraftvoller sein sollen als die batteriebetriebenen. Sind sie natürlich auch. Und dann kannst du hier halt wirklich auch sie mal individuell einsetzen. Das ist das Schöne. Das ist hier natürlich ein Gerät dann auch mal für halt sowas wie eine Mayonnaise. Weil diese Geräte, die du gerade angesprochen hast, die halten natürlich nicht so lange durch. Eine Mayonnaise muss man dann schon ein bisschen länger aufschäumen. Oder dann halt auch so, wenn du so Dips oder sowas machst, irgendwelche Cremes, die kannst du hier auch wunderbar mit aufschäumen. Das ist ganz toll, das Gerät. Und vor allem jetzt für 5 Euro. Aber das ist doch echt mal ein Knaller. Was kostet sowas regulär? Kabelgebunden garantiert für 5 Euro nicht zu haben. Ich sehe es gerade hier. Knapp 13 Euro Katalogpreis, was ich schon für sehr, sehr günstig halte. Aber knapp 28 Euro ist die UVP des Herstellers. Und ich merke hier gerade, dass das halt auch super in der Hand liegt. Also egal wie du es hältst, auch mal so von oben, wenn du mal ein bisschen stabil halten möchtest. Oder hier natürlich auch nochmal super dieser Einlass tatsächlich für die ganze Hand. Also da kann man fantastisch mitarbeiten. Natürlich mit Messbecher und mit Hygienehütchen, so sage ich immer ganz gerne mit dazu. Aber eben auch mal schnell für eine kleine Portion zwischendurch zur Zubereitung. Ein tolles Teil noch in so einem schönen Schwarz-Edelstahl. Also super hier, klasse für 5 Euro. Das sind doch so Utensilien, die vermisst du in der Küche schmerzlich, wenn du mal genau sowas machen möchtest, oder? Dann sagt man sich doch immer, Mensch, hätte ich doch jetzt so einen kleinen Quirl, jetzt muss ich wieder den großen da versauen und hab wieder Spül ohne Ende. Oder stehst du dann stundenlang mit dem Schneebesen da. Das ist halt auch sehr, sehr langwierig. Gerade wenn du auch mal so eine Hollandaise oder sowas, oder dann Mayonnaise, da stehst du da stundenlang. Und hier hast du das ruckzuck gemacht. Für 5 Euro greifen Sie da zu, liebe Zuschauer. Die bestellen immer die NX 73 98 569 für Sie. Also ganz, ganz clever. Und dann hier auch mal, da kannst du auch schön mal so Eis-Frappés machen, ganz lecker dann vielleicht auch. Oder mal so schöne Joghurt-Shakes oder sowas. Ach, das ist doch fantastisch. Da gibt es so unglaublich leckere Sauereien. Da läuft einem schon das Wasser im Mund zusammen. Absolut. Ich hab's mit Ralf auch jedes Mal in der 5 Euro-Show, aber ich hab's immer vom Essen witzigerweise. Liebe Zuschauer, Sie merken, was wir Ihnen für tolle Angebote unterbreiten können. Das jetzt schon beim ersten Artikel. Der Messbecher ist mit dabei. Ein elektrischer Quirl-Handmixer für Drinks, für Frappés, für Soßen, für Dips. Und der läuft mit gerade mal 15 Watt. Leistung ist dabei kraftvoll und unglaublich energiesparend. Knapp 28 Euro, sagt der Hersteller. Da sagt Fölsch, wir kaufen großzügig ein und bieten diesen Mixer jetzt hier für knapp 13 Euro an. Wir haben ihn nochmal etwas günstiger und zwar von Hand auf 5 Euro glatt reduziert von unserer Geschäftsleitung in begrenzten Stückzahlen. Ich nenne das ein Schnapper. Das sind 22 Euro unter dem UVP des eigentlichen Herstellers. Das ist wirklich mal ein Mega-Angebot, liebe Zuschauer. Ja, deswegen verstehen Sie wahrscheinlich auch, warum wir sagen, maximal 5 Stück pro Artikel für Besteller. So was sehen natürlich auch mal Großsender. Dann sagen, komm, da bestelle ich mir mal 50 Stück von. Die verkaufe ich für 10, 12 Euro, dann weiter. Und dann habe ich ja noch ein bisschen was an Gewinn gemacht. Das haben wir am Anfang festgestellt. Und deswegen haben wir dann nach der zweiten, dritten Sendung irgendwann gesagt, auch maximal 5 Stück pro Artikel und pro Besteller. Schöner Artikel. Und so darf es gerne weitergehen. Ja, oder? Wir schauen direkt mal aus, welcher Kategorie das nächste Produkt kommt. Diana ist wieder unterwegs, liebe Zuschauer. Vielen Dank, meine Liebe. Oh, nee, Carsten, das ist natürlich auch was. Jetzt schnell sein, jetzt direkt in die Leitung gehen, liebe Zuschauer. Da freut sich der Carsten auch wieder. Das mag der nämlich auch. Schauen Sie mal. Eine Herrenarmbanduhr, die wir da haben. Ein Schmuckstück. In der 5-Euro-Show. Unglaublich. Von St. Leonard. Das ist natürlich hier jetzt was ganz Feines. Schau mal, Carsten, das ist ein Echtlederarmband. Das kann ich ja hier gar nicht glauben. Die kostet doch mindestens so was 30, 40 Euro. Ein Echtlederarmband, da bezahlst du doch schon ein kleines Vermögen normalerweise für. Und hier, da sehen Sie es. Die ist richtig von St. Leonard. Schauen Sie sich mal dieses wunderschöne Schiffernblatt an. Oh, in diesem Chronographen-Look. Ein echtes Lederarmband. Und dann in diesem wunderschönen Schwarz. Oh, und so was jetzt für 5 Euro. Das ist mal ein richtiger Klopper. Jetzt muss ich aber gerade in die Unterlagen schauen. Vor lauter Begeisterung habe ich das nämlich noch gar nicht getan. Das ist ein Vollmetallgehäuse, Carsten. Das spürt man sofort. Die ist richtig wertig gemacht. Das Echtlederarmband hier in dieser leichten Kroko-Optik. Das ist natürlich fantastisch. Und dann dieser wunderbare Chronographen-Look hier im oberen Teil. Richtig wertig. So was jetzt für 5 Euro. Da muss man zugreifen. Also auch als Geschenk kann man die natürlich wunderbar verwenden. Ah, herrlich. Die kenne ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich kenne verschiedene Modelle von St. Leonard. Ich bin ein riesengroßer Fan unserer Edelschmiede St. Leonard, liebe Zuschauer, für Zeitmessinstrumente. Da einfach nur Uhr zu sagen, wäre definitiv zu schnöde und zu banal. Schauen Sie sich das mal an, wie schön das gemacht worden ist. Sportlich und trotzdem elegant. So richtig schön schnörkellos. Wie filigran jetzt hier die Verbindungselemente. vom Echtlederarmband in den Vollmetallkorpus natürlich mit hinein. Die haben fantastische Gläser, die also auch einiges mitmachen. Selbst wenn du mal gegen eine Tischplatte knallst. Ja, und dann natürlich also auch mal mit einem Echtlederband für 5 Euro. Wo findest du denn sowas? Also das findest du noch nicht mal irgendwo als Nachbildung, als Replika oder sowas irgendwo im Ausland am Flughafen oder auf den Basaren. Da muss man also wirklich lange nach suchen, liebe Zuschauer. Hier stimmt eben auch die Qualität. Und so eine Uhr auch mal richtig schick zum Anzug getragen, wenn du mal ein bisschen was vorhast, auch mal am Abend. Also muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Die ist wunderschön. Die Beständnummer mal notieren. Also das ist ein Modell, das möchte ich auch ganz gerne mal haben. Auch wenn ich eben mit dem Finger ein bisschen draufgetapst bin. Verzeihen Sie mir das. Ja, aber die wird sehr, sehr gern bestellt. Man sieht so ein bisschen, die hat so einen ganz leichten, tollen blauen Schimmer auch, wenn man die so ein bisschen bewegt. Das ist wunderschön gemacht. Also wird wirklich uns immer aus den Händen gerissen. Zum Normalpreis ist sie schon fantastisch normalerweise. Also hier ein Traum. Und jetzt hier für 5 Euro, das ist natürlich was ganz, ganz Außergewöhnliches. Und dann dieses Vollmetallgehäuse kann man jetzt hier sehr schön sehen. Carsten, die steht ja auch richtig gut. Oder? Die trägt sich auch ganz fantastisch. Du bist das echt weder Arm, Mann. Das ist schon klasse. Jetzt zum ersten Mal angezogen. Also die Uhr ist eben erst aus der Verpackung genommen worden vor der Sendung, möchte ich wetten. Und eben angezogen und zack, schmiegt sie sich schon der Haut an. Schön glatt gemacht von der Unterseite her. Also auch gerade bei höheren Temperaturen, richtig angenehme Angelegenheit. Schön gemacht hier mit dem Übergang, mit diesen beiden ausstehenden Elementen. Die Krone hier sehr schön eingelassen. Und dann eben mit diesen beiden Kronoelementen auf der 12- und auf der 6-Uhr-Position. So richtig schön schnörkelloser Schick. Wenn das ein Bekannter oder ein Freund von dir sieht und fragt die Mensch, wo hast du denn die Uhr her? Und du sagst Pöll, du sagst 5 Euro. Aber der lacht nicht aus, wenn du mit so einem Angebot hier kommst. Ich wollte nochmal eben schauen, ob wir das jetzt irgendwie begrenzen müssen. Weil das ist normalerweise ein Artikel, den ich mir völlig ausgeschlossen in einer 5-Euro-Show hätte vorstellen können. Aber ich sehe nichts von Begrenzung. Deswegen gebe ich jetzt einfach mal Feuer frei. 5 Stück Probesteller. Und ich denke, dass man immer wieder mal, auch jetzt noch so im ausklingenden Sommer, in den Herbst hinein, Freunde und Bekannte hat, die man hier und da mal besuchen möchte. Wo man ganz gerne auch mal ein bisschen was Außergewöhnliches in der Hand hält. Wenn man häufiger eingeladen wird, ist das meines Erachtens eine schöne, nette Geste. Und da kann man hier natürlich auch ruhig mal ein zweites oder ein drittes Modell mal in der Schublade haben. Wir haben natürlich eins für Sie selber und vielleicht mal ein oder zwei Modelle zum Verschenken. Wo kriegst du denn sonst so günstig so eine wunderschöne Uhr? Spritzwasser geschützt übrigens bis drei Atmosphären. Und das für gerade mal 5 Euro. Die NC 5815 und die 569. St. Leonhard versteht was von Uhren, oder? Ach, so schön. Also da möchte ich auch sagen, gerade wenn Sie als Dame jetzt auch auf etwas größeren U-Grunden stehen, wenn Sie sagen, mag ich zu tragen, dann können Sie sich die ruhig auch als Dame bestellen. Und ich habe sie gerade extra nochmal angelegt. Ich mag ja auch unglaublich gern größere Uhren als Dame. Die finde ich ein Traum. Also die gefällt mir sehr, sehr gut mit dem Lederarmband. Und da hat man auch eine Uhr, da ist es dann mal nicht so schlimm, wenn die auch mal kaputt geht. Also bei ganz, ganz teuren Uhren, die ein paar hundert Euro gekostet haben oder so. Wenn du da mal irgendwie im Garten Gartenarbeit machst und da mal ein Kratzer draufkommt, da kriegst du ja einen halben Herzinfarkt immer. Aber sowas kann man gut mal sagen. Deshalb bestellen Sie sich die auf jeden Fall. Die ist wunderschön. Klasse, oder? Traumhafte Produkte. Wo ist sie? Lass sie mal liegen da. In der 5-Euro-Überraschung. Karsten, wir machen hier weiter. Wir gucken mal, was als nächstes kommt. Liebe Zuschauer, da sind wir natürlich richtig breit aufgestellt. Wird mal ein bisschen was Peppiges, was Poppiges. Aber für einen jungen Mann so mal ein bisschen was in einem knalligen Gelb oder was wie ein richtig cooler Sportwagen. Schauen Sie da ruhig immer wieder mal rein. Jetzt geht es aber eher um Körperpflege. Wobei die Körperpflege wahrscheinlich eher zweitrangig ist. Da behaupte ich eher mal, ist es das Feeling an sich. Das ist doch unsere Rain-Shower-Dusche, oder? Das ist ein Multifunktions-XL-Duschkopf mit dieser Rain-Shower-Funktion. Hier haben Sie die Möglichkeit, fünf Strahlarten auszuwählen. Und das ist so toll. Rain-Shower, Massage-Strahl, Nebel-Strahl, Massage-Strahl mit Rain-Shower oder Nebel-Strahl mit Rain-Shower. Und das hier durch diese 66 tollen Anti-Kalb-Düsen, die hier verbaut sind. Das sind so ganz spezielle, die lassen sich toll reinigen. Da kannst du einfach mit so einer Bürste oder einem Schwamm drüber gehen. Dann wird das wieder richtig toll sauber. Das ist ein Riesenduschkopf. Schauen Sie mal, wie groß der ist. Fantastisch gemacht. Und da hat man so ein richtiges Duscherlebnis. Und was ich bei diesem tollen Duschkopf fantastisch finde, ist, dass man den hier auch mit flutschigen Fingerchen, auch wenn die Finger nass und flutschig vom Duschgel sind unter der Dusche, perfekt verstellen kann. Weil wenn man dann mal den Duschstrahl verändern möchte, wenn man unter der Dusche ist, dann geht das hier trotzdem. Das ist bei anderen Duschköpfen nämlich schwierig. Die muss man immer so ganz drehen dann. Und dann geht das immer nicht, weil man immer abflutscht. Hier ist extra dieser kleine Schnupsi dran. Und dann kannst du trotzdem perfekt den verstellen, weil du das hier einfach dann so umlegst. Dann geht das trotzdem, auch wenn du flutschige Finger hast. Und du hast halt dieses Duscherlebnis. Dadurch, dass der Strahl hier so groß und dann breit nach unten runter geht, der geht so richtig auf. So richtig schön dann bei dieser Rain-Shower-Funktion. Und dann hast du hier so richtig dieses Duschvergnügen. Das ist so toll. Dicke Tropfen, ich werde es nicht vergessen, das habe ich auf Hochzeitsreise erlebt. Das ist mittlerweile auch schon über zwölf Jahre her. Da waren wir in einem sehr, sehr schicken Hotel, die hatten so eine begebbare Dusche. Und unter der Decke hing also so ein richtig schöner, breiter Duschkopf. Das ist aber auch so, wenn du damit duscht, dann kommt es auf deinen ganzen Körper. Das ist fantastisch. Dicke Tropfen und das ist eben das, was das Ganze so angenehm macht. Das macht dich so richtig nass, weißt du? Das ist nicht nur, kennst du diese Duschköpfe? Die kennen sie vielleicht auch, die haben sie vielleicht auch schon mal gehabt. Die sind so ganz, ganz klein. Und dann steht man drunter und dann muss man immer unter eine Ecke und versuchen, den irgendwie über den Körper zu kriegen. Und dann ist einem auch immer so kalt, weil der Wasserstrahl immer nur auf eine Ecke des Körpers kommt. Das haben sie hier nicht mehr. Hier haben sie einen großen Duschstrahl und sie können genüsslich darunter stehen. Und das Wasser kommt überall über ihren ganzen Körper und sie entspannen sich und genießen das so richtig. Und können das Wasser so richtig schön entspannt über den ganzen Körper laufen lassen. Das ist in einer dieser fünf Strahlarten. Das ist so richtig entspannend. Ja, sie werden das Duschen wieder richtig zelebrieren können mit so einem neuen Duschkopf. Und den gibt es jetzt für fünf Euro. Das ist fantastisch, liebe Zuschauer. Lassen Sie uns mal gucken, was kostet denn sowas normalerweise? Wir haben eine UVP vom Hersteller, die bei knapp 20 Euro liegt. Also das halte ich für insgesamt, wie viele Stufen haben wir? Da gibt es Hersteller, die lassen sich das richtig teuer bezahlen. Also 30, 35 Euro wie nichts. In dieser Größe auch gerne mal 40, 45 Euro. Habe ich alles schon gesehen. Alles das, was so auf die 15 bis 20 Euro geht, ist normalerweise von der Qualität her, ist meine persönliche Erfahrung nicht unbedingt immer so das Dolce. Jetzt reden wir hier von einem UVP-Preis vom Hersteller von 20 Euro. Wir geben 15 Euro nach gegenüber dem UVP. Das sind 75 Prozent, liebe Zuschauer. Das bedeutet, Sie bekommen einen absoluten Top-Artikel mit verschiedenen Einstellmöglichkeiten, mit verschiedenen Strahlarten. Fünf Stück an der Zahl und diesen praktischen Antikalkdüsen hier für gerade mal fünf Euro. Handelsübliche Anschlüsse, alten Duschkopf abdrehen, neuen wieder draufdrehen und dann geht das Duschvergnügen los. Das kann ich mir gerade richtig gut vorstellen. Ja, das ist doch superschön. Deshalb den auf jeden Fall bestellen, auswechseln, zack und duschen, erleben und zelebrieren. Das ist fantastisch. Wir machen weiter. Nächstes Produkt. Der für mich hat tödlich. Wir haben das Wasser am Rollenzuhr, direkt nach dem Aufstieg unter die Dusche, da käme ich eine halbe Stunde mit raus. Das ist ja auch so schön. Aber mit so einer Regenwasserdusche, das schäumt auch alles wesentlich mehr. Da haben Sie eine Haut wie ein Babypumper. Die haben uns so ein bisschen veräppelt hier gerade. Guck mal, die haben uns so eine Riesenbox gegeben. Und weißt du, was da drin ist? Was ganz Kleines, oder? Was ganz Kleines. Was ganz Kleines. Aber riesig. Was ist das denn? Oh, 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 oh. Gucken Sie mal da. Haben wir das zweimal da drin? Ja. Ich nehme die Kiste weg. Das sieht aber nach wunderschönem Schmuck aus. Und wir haben auch einen Preissalam. Schau mal. Jetzt keine 5 Euro, sondern sogar für 3 Euro. Und das ist doch fantastisch. Gucken Sie mal, was das nämlich sind. Das sind Ohrstecker mit einer echten Süßwasserzuchtperle. Zuchtperle und hier 925er Stirling Silber. Das ist wunderschön. Sie sehen es hier auch noch mal eingeprägt. 925er Stirling Silber und eine echte Süßwasser Zuchtperle mit diesem wunderschönen Lüster, diesem wunderschönen Glanz hier. Eine Perle ist ja etwas ganz, ganz Klassisches. Und das kann man ja in jedem Alter tragen. Jede Frau sollte ja ein paar Perlenohrstecker zu Hause haben. Das habe ich schon häufiger gehört, dass so Perlenohrstecker genauso wie eine Perlenkette eigentlich für jedes Alter bestens geeignet sind. Und dass man natürlich dann immer auch mal ein schönes Schmuckstück am Hals beziehungsweise in unserem Fall jetzt hier am Ohr trägt. Das kann man, glaube ich, zu jeder Gelegenheit oder auch zu jeder Garderobe tragen. Kann man zu jeder Gelegenheit, in jedem Alter und zu jeder Garderobe tragen. Und das ist etwas ganz, ganz Klassisches. Und solche Ohrstecker jetzt, die bekommst du normalerweise nicht. Gerade wenn das eine echte Süßwasser Zuchtperle ist, wenn es echtes Silber ist. Unter 35, 40 Euro ist da normalerweise gar nichts zu machen. Da gehen dann unter die Preise eher noch nach oben. Also darunter geht gar nichts. Und jetzt hier durch den Preisalarm für drei Euro. Sie dürfen ja trotzdem bis zu fünfmal zugreifen, oder? Deshalb machen Sie das als kleines Geschenk für eine gute Freundin, ja? Für die Enkelin vielleicht auch, ja? Auch die können das fantastisch tragen. Schauen Sie mal, wir haben hier diese ganz leichte Buttonform bei der Perle. Ich hoffe, Sie sehen das. Die ist so ganz leicht abgeflacht im vorderen Teil. Das ist immer sehr schön, weil man hier diese Ohrstecker dann sehr schön tragen kann. Die tragen dann nicht so sehr auf, gerade auch beim An- und Ausziehen zum Beispiel von einem Oberteil, von einem Pulli zum Beispiel, ist es dann sehr, sehr angenehm. Und die machen sich dann auch am Ohr selber, am Ohrläppchen, sehr, sehr schön, weil die dann wirklich eine sehr, sehr schöne Form da bilden. Also ich bin ein totaler Fan von dieser Buttonform bei den Süßwasser Zuchtperlen. Hier mit dieser Farbe Weiß, wirklich ganz toll im Glanz, im Lüster hier, den wir hier sehen. Also ein Traum und mit 925er Stirling Silber, allein der Silberpreis ist ja momentan schon viel höher. Habe ich mir auch gedacht, ja. Also da hat man hier einen richtigen Gewinn gemacht, wenn man jetzt hier irgendwie fünfmal bestellt, dann bei drei Euro. Das ist ja der Wahnsinn, was wir heute machen. Also unglaublich. Also das ist wirklich etwas, wo man ganz klar sagen muss, liebe Zuschauer, da kann man einfach nur zugreifen. Das passt wirklich immer, das passt zu jedem Alter, das passt zu jedem Outfit, zu jedem Typ. Und wir reden hier von Süßwasser Zuchtperlen, die auf sechs bis sechseinhalb Millimeter vom Durchmesser kommen. Höchste Qualitätseinstufung, das heißt die AAA-Qualität, die Sie hier bekommen. Das Ganze natürlich auch noch in Stirling Silber eingefasst mit diesem schönen Schmetterlingsverschluss. Das Einzige, was Sie brauchen, ist quasi ein Telefon zum Bestellen und ein paar Ohrlöcher, um sie dann auch zu tragen. Für drei Euro natürlich jetzt auch noch. Das ist auch noch im Preisalarm und das ist wirklich mal Spitzenklasse. Alle beide übrigens, ja. Also nicht pro Stück drei Euro, könnte man vermuten. Selbst das wäre günstig. Das Pärchen für drei Euro, das sind über 90 Prozent gegenüber dem UVP des Herstellers. Das nenne ich mal einen Schnapper. Die NC4709 und die 569. Und ich denke, da werden Sie sehr vielen Menschen eine Freude machen können. Allen voran natürlich auch Ihnen selbst. Das für drei Euro muss man nicht meckern. Da gibt man sich den Ruck. So, wir haben die Diana noch mal dazu. Sehr schöne, breite Auswahl aus verschiedenen Bereichen. Ich fand den Quill super, diesen Kabelgebundenen. Die Ohrstecker natürlich immer ein absoluter Klassiker, keine Frage. Und jetzt gucken wir, was als nächstes kommt. Es geht aber auch für jedes Geschlecht heute was, oder? Ich wollte gerade sagen, also da ist alles mit dabei. Wirklich aus allen Produktbereichen auch. Das muss man immer mal sagen. Wir haben jetzt hier unser Universal-Bit-Set, liebe Zuschauer. Hier dürfen wir ein Stück Probesteller rausgeben. Das muss ich direkt dazu sagen. Ein Stück Probesteller, weil das ist ganz, ganz stark nachgefragt. Da möchte man natürlich jetzt jedem die Chance geben, hier eins zu bestellen. Ein Stück Probesteller, 18-teilig. Die ideale Ergänzung für Ihren Akkuschrauber. Sowie ein Bit-Halter ist auch mit beiliegen. Das sehen wir hier im mittleren Teil. Beziehungsweise ein Adapter, der einwandfrei dann in Ihren Akkuschrauber einpasst. Und die ganzen Bits und das Set enthält da wirklich alles. Es sind Torx mit dabei, Innensechskant, Schlitz, Kreuzschlitz. Also das 19-teilige Bit-Set, 18 Bits und der Bit-Halter und dann universell einsetzbar. Das ist wieder etwas, wo ich wieder eine halbe Stunde mit rumspielen könnte, liebe Zuschauer. Ich liebe solche Set-Zusammenstellungen, weil ich glaube, das Problem kennt jeder. Also es gibt so viele Hobby-Handwerker zu Hause, die sicherlich hier und da mal einen Kreuzschraubendreher mal irgendwo gekauft haben, mal irgendwo einen Zollstock mal mitgenommen haben oder beim letzten Renovieren vielleicht mal drei Schräubchen in der Tasche vergessen haben. Und schon entsteht so ein Sammelsurium aus Werkzeug, Schrauben und Nägeln und Muttern. Jetzt brauchst du irgendwas. Jetzt ist dir mal eine Schraube runtergefallen, irgendwo mal von einem Schrank beispielsweise. Oder du ziehst mal um, brauchst einen ganz bestimmten Aufsatz für eine ganz bestimmte Schraube und schon geht die Rennerei los. Die hast du nämlich garantiert nicht. In dem Moment, wo du sie brauchst, in der passenden Größe. Und das Schöne ist, dass wir Ihnen hier eine Set-Zusammenstellung anbieten, liebe Zuschauer, für fünf Euro. In diesem Wahnsinns-Chrom-Vanadium-Werkzeugstahl, wo man wirklich die gängigsten Profile und auch die gängigsten Größen schön in der Übersicht hat. Die sind dann auch ordentlich beschriftet, die sind auch noch farblich markiert, je nach Produktgruppe. Egal, ob wir jetzt von einem Windows sprechen oder auch mal von einem Schlitz oder einem Kreuzschlitzaufsatz. Und vor allen Dingen sind das also auch die Modelle, die man entweder direkt in einen Akkuschrauber reinpacken kann. Noch komfortabler wird es natürlich, wenn Sie jetzt hier diesen Stellspanner mit dazu nehmen. Das ist einfach Spitzenklasse. Und normalerweise zahlt man für diese Qualität und auch gerade so sortiert und ordentlich aufgeräumt hier in dieser Zusammenstellung deutlich mehr als die fünf Euro. Wenn dir sowas mal für zehn, zwölf Euro im Kassenbereich im Baumarkt begegnet, wäre ich skeptisch. Ja, hier bei Pöll TV sehen Sie, haben wir eine UVP mit knapp 25 Euro. Die hat unsere Geschäftsleitung per Hand übrigens eigenständig mit einer entsprechenden Vollmacht, um das Ganze im System zu verändern, hier auf fünf Euro runter reduziert. Und das ist mal ein Spitzenangebot. Ich habe mal so ein bisschen scherzhaft gesagt, eine Schraube locker haben wir doch alle mal zwischendurch, oder? Und jetzt hat man hier die Pachsinn-Bits, um das direkt auch mit dem Akkuschrauber dann wieder festzumachen, liebe Zuschauer. Greifen Sie da zu. Also sowas ist super genial. Kann man einfach dann mit in den obersten Kasten von dem Werkzeugkasten reinlegen. Das ist wie ein Hammer oder eine Zange. Und wie du gesagt hast, hier auch dann halt perfekt aufzuräumen. Das ist schön. Schau mal hier, macht man dann dementsprechend hier zu. Und dann kann man das wunderbar auch immer sehen, wo welches Bit ist. Gerade die kleinen Bits, die verschwinden ja immer schnell, ne? Beim Umzug oder beim Renovieren. Ja, genau. Unter der Hobelspäne, unterm Teppichrest, unterm Tapetenrest. Und zack, zack, fehlen dir zwei, drei Stück davon. Und dann gehst du wieder auf die Suche. Hier ist ja alles schön griffbereit. Hier weißt du sofort, was Sache ist. Wo finde ich welchen Aufsatz, wo finde ich die passende Größe. Und der Schnellspanner ist natürlich auch noch mit dabei. Das ist wirklich klasse. Also das ist wirklich mal ein richtig tolles Set hier. Und ich glaube, da freut sich jeder Heimwerker drüber. Ich ergänze sogar noch jeder Mann. Also jeder Mensch oder jeder Mann speziell hat sicherlich gerne mal ein Werkzeug in der Hand. Das ist dann immer schön, wenn man es dann hinter sich hat und dann auch das Ergebnis sieht. Mensch, da kann man so schön stolz auf sich sein, kann sich das Lob dann bei der Partnerin dann abholen. Und das gelingt natürlich dann hier ganz besonders gut, wenn du so eine tolle Qualität dann vorzuweisen hast. Haben auch viele Profis bei uns bestellt übrigens im Vorfeld. Und das auch nicht für die 5 Euro, zum Teil für die ganz normalen regulären Katalogpreise. Selbst da kannst du schon bedenkenlos zugreifen. Für die 5 Euro würde ich sagen, liebe Leute, macht euch da gerne auf jeden Fall mal was Schönes hier ins Paketchen hinein. Das kannst du auch super verschenken. Da freut sich jeder drüber. Also eine schöne Idee. Und ich denke, auch da zeigen wir wieder, dass wir in der 5 Euro Überraschungsshow fantastische Angebote unterbreiten können. Leider nur immer in sehr, sehr kleinen, in begrenzten Stückzahlen. Aber ich glaube, hier werden Sie sehr, sehr glücklich mit werden. Allein aufgrund der Qualität. Die NX 5205 und die 569. Schauen wir die Kundenstimmen an. Ein Lob nach dem Ablauf. Das ist aber auch toll. Das wird so schon immer gern bestellt. Jetzt hier für 5 Euro. Finde ich so schon klasse. Wir reifen Sie dazu. Also richtig, richtig schön. Wir machen weiter das nächste Produkt für Sie, liebe Zuschauer. Wir haben was aus der Küche, wir haben was aus der Werkstatt. Wir haben ein bisschen was aus der Schmuckabteilung gesehen. Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Oh, das ist was Schönes. Für zu Hause, fürs Verschenken vielleicht auch, liebe Zuschauer. Also das ist was ganz, ganz Feines. Und da muss man jetzt auch richtig, richtig schnell sein. Schauen wir mal, was wir da für Sie haben. Richtig tolle Steakmesser. Und zwar nicht nur eins. Nein, Sie bekommen jetzt hier das Set, so wie Sie es hier sehen. Sechs Steakmesser aus rostfreiem Edelstahl. Für den perfekten Fleischgenuss. Und das in dieser schicken Geschenkbox. Das heißt zugreifen. Gerade für zu Hause. Aber natürlich auch als Geschenk zu mitbringen. Wenn man mal irgendwo eingeladen ist, sind diese Steakmesser natürlich jetzt hier ideal. Ja, weil die in dieser tollen Geschenkbox kommen. Und da hat man dann das richtige Messer, um auch mal ein schönes, großes Stück Fleisch zu schneiden. Wahnsinn. Auch wenn es mal ein bisschen ins Englische geht, noch so ein bisschen saftiger ist, liebe Zuschauer. Denn Sie kennen das mit den normalen Messern, die man zu Hause hat. Kann man bestimmt mal ein Brötchen beschmieren, ja. Oder mal Marmelade auf den Toast oder was schmieren. Aber so ein richtig leckeres Steak schneidet man eigentlich eher mit richtig gutem Werkzeug. Also wenn Sie dann ein Messer haben, was so ein Eimer Wasser bis auf den Boden schneidet. Und Sie versuchen dieses Stück da ordentlich abzuschneiden, wenn Sie keinen Erfolg haben. Sie brauchen ein ordentliches Steakmesser. Verwindungssteif, das super in der Hand liegt. Wie so ein argentinischer Rinderbauer oder sowas. Ja, so richtig dann zack ran an das Fleisch. Und jetzt gucken wir mal. Für 5 Euro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist weniger als ein Euro pro Stück. Das musst du dir mal wegtun. Finde ich spitzenklasse. Liegt super in der Hand. Rechte Hand, linke Hand. Schön verwindungssteif mit dem tollen Muster vorne drin. Das heißt hier also der Wellenschliff drin. Die glatte Ausrichtung im vorderen Teil. Fantastisch. Übrigens auch genietet hier. Guck mal. Nicht mal da muss man drauf achten. Da bleibt also auch nichts hängen. Bitte einfach mal unter fließend Wasser halten. Dann sind die wieder einsatzbereit. Jetzt noch für die Einsätze am Grillen, liebe Zuschauer. Oder natürlich auch dann in den Wintermonaten für ein schönes Stück Braten hier. Ich glaube, da macht man jedem eine Riesenfreude. Das braucht jeder. Jede Küche braucht ein paar vernünftige Steakmesser. Und Sie dürfen ja jetzt auch bis zu 5 mal bestellen, liebe Zuschauer. Das ist jetzt hier der Trick. Deshalb vielleicht gleich 2 Sets für zu Hause. Man ist ja vielleicht auch mal mit Freunden und Bekannten zu Hause am Grillen oder dann auch am Essen. Du hast es gerade angesprochen, vielleicht auch mal ein schöner Braten. Dann vielleicht wieder leckere Gans oder sowas dann zum Winter hin. Deshalb gleich 2 Sets für zu Hause bestellen und dann auch zum Verschenken was mitbestellen. Weil sowas ist auch ein perfektes Mitbringsel, wenn man mal irgendwo eingeladen ist. Immer nur die öde Flasche Wein, ein paar Blumen oder so. Lieber hier mal so ein tolles Steakmesser-Set aus rostfreiem Edelstein mitbringen. In dieser schmucken Geschenkbox. Und das ist Rosenstein- und Söhne-Qualität. Das müssen wir dazu sagen. Das ist eine wunderschöne Qualität. Und für Steakmesser. Für Steakmesser kann man so viel Geld ausgeben. Da zahlt man pro Messer ja normalerweise schon 10, 15 Euro. Pro Messer. Sogar wenn nicht noch mehr. Also wir haben hier eine unverbindliche Preisempfehlung. Sehen Sie jetzt eingeblendet. Für dieses Set eine unverbindliche Preisempfehlung von 40 Euro normalerweise. Überlegen Sie mal, was Sie da jetzt sparen. 39,90 Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung für dieses tolle Set hier. In dieser Geschenkbox von Rosenstein und Söhne, liebe Zuschauer. Und Sie bekommen dieses Set jetzt für 5 Euro. Dürfen es sogar bis zu 5 Mal bestellen. Das ist ein Knaller hier nochmal in unserer 5 Euro Überraschung Show. 87% Preisersparnis bedeutet das für Sie. Das muss man sich mal überlegen. Da muss man einfach zugreifen. Da passt dann auch die Qualität hier. Nicht nur Rosenstein und Söhne. Da wissen wir per se schon, dass die tolles Material anbieten. Aber wir haben hier rostfreien Spezial-Edelstahl, den 420er. Und der ist also wirklich extrem robust. Also der ist unkaputtbar, mehr oder weniger. Da können Sie also machen, was Sie wollen mit. Und den definitiv noch ein paar Jahre nutzen. Die tollen Griffe natürlich ergonomisch geformt. Die hat sie eben mal in der Hand für Rechts- und für Linkshänder bestens geeignet, liebe Zuschauer. Dreifach vernietet, nicht geschraubt, sondern perfekt vernietet. So wie sich das für Top-Qualität gehört. Eine 1,5 Millimeter Klingenstärke haben wir drin. Perfekt ausbalanciert für die optimale Handhabung. Check, kann ich nur bestätigen. Ich habe das Set mittlerweile also auch schon vier oder fünf Mal verschenkt. Ich habe also auch zwei Pakete davon zu Hause. Ja, Steakmaster, ich bin ein Mann, da kann man nicht genug von haben. Und die Ursula aus Großpössner schreibt uns, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und Top-Qualität. Unsere 5 Euro Überraschung-Show, liebe Zuschauer. Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.